Hey Leute, willkommen zurück zu Livestream-Zeit mit Marc und Olsen. Im Keller sind wir wieder unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Hallo und wir sind natürlich hier wieder in Begleitung von unserem Sidekick Piccolo. Ja, was ist er? Der packt gleich die Todesspirale aus. Und fütze ich euch ein. Eklig bist du. Ganz versäumt und eklig. Wir sind heute auf Arcade-Tour und zocken eines der coolsten alten Arcade-Games. Wir zocken Metal Slug 2, was ihr ja vielleicht, falls ihr schon ein paar Jahre älter seid, so wie ihr, kennt ihr das bestimmt auch von den alten Zock-Automaten aus dem Urlaub oder so. Du hast ja ganz große Erfahrungen mit, ne? Ja, mit meiner Schwester habe ich das zusammen immer gespielt. Schön Metal Slug. Ich weiß auch gar nicht, wie viel D-Mark ich da reingefordert habe in diesen Automaten, damit ich das über das erste Level hinauskomme. Das waren ein paar D-Mark-Stücke. Ein Mark-Stück, ne? Ein Mark-Stück. Mark steckt das Mark-Stück dort rein, ja. Ihr seht da schon mal, wie alt wir sind. Die D-Mark-Zeiten sind bei uns noch voll da. Ja. Ich habe das leider nie gespielt, aber jedenfalls nicht auf dem Automaten. Aber ja, jetzt zocken wir mal eine Runde Metal Slug 2 Arcade. Das wird echt ein Traum werden. Ich freue mich richtig drauf. Ich komme schon jetzt schon gar nicht klar, weil dieses Spiel ist einfach sowas von schnell. Da sitzt Olesen hier. Und ist verplant. Ich hoffe, ich kriege überhaupt ein Wort raus beim Zocken. Also, los geht's, ne? Los geht's. Los geht's mit Metal Slug. Äh... Na, weißt du noch? Ne. Das ist richtig. Jetzt soll es gehen. So, damit wir nicht komplett fehlen, geben wir uns hier mal ordentlich Krediten. Krediten, ne? Mal der Kreditgeber, du. Ordentlich Kredit. Das ist richtig Krediteil. Also, 20 Credits muss reichen. Ja, erst mal. So, und... Ich kaufe uns welche nach. Gül. Ich glaube auch. Naja, kannst du. Ich... Ich will auch. So, wen nehme ich da? Ich glaube, ich nehme die Dame hier. Wie heißt sie? Eri. 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 Und ich den Marco. Passt, ne? Das ist mein Name, nur mit dem O dran. Deswegen nehme ich den Marco. Hat auch so eine blonde Powerlocke, so wie ich, ne? Passt. Schön. Komm ab. So, und los geht's. Sind wir schon gelandet im Krisengebiet. Wo ist das hier wohl? Das ist in... Im Taliban-Land. Oh, da hast du die Heavy Machine Gun geholt, ne? Ja, auf jeden Fall. Heavy Machine Gun, ich will auch die Heavy Machine Gun. So, hier, der komischen Sultan hier. Ich habe Bananen hier. Da gibt es dir jetzt einfach einen Trick. Alter, hätte ich den Sack gemacht. Man kippt, 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 man kippt und stellt sie einfach unter ihn und knallt ihn aus dem Sack. Von seinem Dromedasitz runter. Ja! So. Warte, wir müssen mal... Oh, oh, fast. Komm, mal, tucken wir zurück wieder. Wir können nicht wieder zurück. Fuck. Ich will doch hier meinen Freund befreien. Der gibt uns doch so viel Muni und sowas. Ja. Der hier. Alter, komm, die Schwinge. Naja, ich habe ja ein paar Bomben aufgefeuert. Oha. Ich bin hier ein bisschen ganz heiß. Alter, schmutz mir leid. Da, komm, sammeln wir mal die nächsten Sachen ein. Ja, sein Freund ist ja nie leer. Ja, ich kriege Punkte, ne? Da ist aber was für dich drin. Und ich entgegen mir ja nicht heiß, dass der... der mag. Ja, ich weiß, wie es geht. Oha, jetzt habe ich mir hier noch die normale Pistole. Ein bisschen triggern hier. Oha, ich bin weg, die Raketen. Oha. Komm her. Achtung, Raketen. Triggern! Mal gucken, was du mal hier wieder. Triggern doch schon. So. Shit. Jetzt werden weggetriggert. Ja, und da haben wir doch mal die drei Türme hier geschrottet. Wunderschön. Ja. Was ist denn ein Duromi da? Hast du dir das Laser noch mal wieder geholt? Ich habe mir das Laser noch mal wieder geholt. Guck mal, er macht da auch... Kammer ja mal her, der kleine Typ da. Ja, Vorsicht. Wow, wunderschön ausgewartet. Ja, ich habe ja auch meine Bomben. Ja, da kommen sie schon wieder. Vorsicht. Ich gehe mit meinem Brume da ordentlich voran. Ich freue einfach alles weg. Das Coole ist halt, wenn man... Das Schild auch hardcore. Wenn man ganz nah an die Gegner rangeht, dann holt der Charakter halt auch sein Messer raus und dann kann man die Gegner wegmessern. Nein! Oh, ich auch. Das Dromeda ist wirklich tiefenentspannt, wie man sieht. Das ist echt... Tiefenentspanntes Dromeda. Das Schild da hat geholfen. Das steht auf Flächenballer-Geräusche. Ihhah! Und weiter geht's. Du bist aus dem Baller-Gerollt, ey. Hier, erst will ich der Kapitän direkt, ne? Ich habe genug. Der Piratenkapitän. Das ist... Das ist Aladdin. Das schiebt das Ding ab hier. Oh nein! Fuck! Was machst du hier? Ich? Ich reite. Eine Runde. Da ist das ein Rekuljahr. Reite. Du bist schön weggemessert hier auf der linken Seite. Oha! Oha! In der Mitte bleiben. In der Mitte bleiben. In der Mitte bleiben. Ah! Du bescheuers. Nein! Nein! Yeah! Nein! Nein! Das ist gut, dass ich noch... Gott, du schon. Mein Ersten. Ich habe schon zwei geused, glaube ich. Hä? Oha! Was war das? Ah, okay. Ich habe es geplättet. Ja! Oha! Du hast echt schon zwei gegused, ne? Wir haben nur noch 17. Ja. Na und? Alter! Traumhaft. Du hast immer einen Punkt hier. Ja, Traumhaft. Du hast gestorben. Guck mal hier, ich nehme einen... Was ist das halt bei den alten Arcade-Games? Da... Oha! Entschuldige. Warum habe ich meinen Dromedar verloren? Hallo! Das ist gut, warum wir da nicht mehr mit. Ah, jetzt gehen wir hier hinein. Halt hier, Mann. Hier kommen doch jetzt diese Mumien, ne? Richtig. Flatterfläderfläuse. Oh mein Gott, da sind sie schon. Vorsicht! Rorio! Ne, warte, ey. Du wolltest oben weitergehen. Okay. Geh mal oben weiter. Geh ich. Wir müssen da unten, wo du ich? Wir müssen erst totmachen, Leute. Hör auf. Hab ich spack gemacht. Ach du? Du bist die Regelchen, ne? Nein, er hat mich verzogen. Warte, ich habe nicht mehr Zeit. Hier, du musst... Oh, scheiße. Tut mir leid. Du hast das Elixier nehmen müssen. Ja, ja. Oh, aber ich seid hier. Ich bin so eine Mumie. Ich glaube, das ist Jesus hier, der uns immer hier... Ich bin Jesus hier, ey. Du bist Jesus, ja. Guck mal, ich fliege, ey. Vorsicht, hier Mumienparadies. Das ist der Mumien... Das ist der Mumien Beauty Shop. Der Jute Mumien Beauty Shop. Du darfst ja nicht anspucken. Geh weg, ne. Wir haben einen ganz schlechten Stinkeratem. Das sieht man schon. Ich glaube, wir bräuchten eine freundliche Leidung. Ja. Ja. Hast du keine Fischerminz dabei? Ah, nein. Geh weg, Mumie. Alter, jetzt haben sie mich auch hier. Jetzt rupple ich hier... ... in Klopapier rum. Guck mal hier. Ach, na, geh weg. Flüppst du dich da gerade? Cool. Jetzt überstecke ich mich immer auf der Toilette. Ich roll mich immer in Klopapier rum. Ich roll mich immer in Klopapier rum. Wie so eine Schlange, ne? Alter, geh weg. Oha. Die sind auch ganz schön brutal, ne? Wie wills. Die gehen mich nicht so schnell down. Vorsicht, wenn ich hier oben irgendwie... Oh, cool. Ah, hier das Elixier brauche ich ja. Oh, du verzaubert. 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 Ah, hier. Schöne Schottie. Nein! Oh, fuck, ey. Sind wir beide modifiziert. Ja. Piccolo, was sagst du denn dazu? Oh, da hinten ist ein Elixier. Oh, nein! Oh, fuck, ey. Dann geht's wieder grenzen. Kümmerst du dich hier vielleicht mal um diese... Ja, ich bin aber nicht verdammt. Ich musste schon wieder was nutzen hier. Schon wieder ein Credit. Oh, ah, ah. Unglaublich, diese Aggression. Ja, echt, ganz schlimm. Oha. Vorsicht. Schnell weg. Nein! Fuck! Da kamen so viele plötzlich. Wo bin ich überhaupt? Ach, da. Ich stehe als Mumie mittendrin. Und mich gescheckt. Hast du dich getarnt, ne? Ja, hab mich getarnt. Sag mal, du kannst dir die Dinger nicht holen, wenn du Mumie bist. Ach so. Das wusste ich. Mann, Mann, Mann. Das wusste ich nicht. Vorsicht da oben. Oha. Mach du das hier mal. Ja. Schon erledigt. Komm mal. Ich spring hier mal so wie so ein Känguru. Die Fledermäuschen habe ich schon platt rum. Nein, geh weg. Alter, pass mal! Alter, fuck! Ich hab's nicht gesehen, dass er da so eine Kugel runtergefeuert hat. Mein Horrorsauge. Mein Horrorsauge. Oh mein Gott. Du kennst dich ja. Wirst du Ögoptologe? Ja. Ja. Studierter Ögoptologe ist nämlich der. Der mag, falls er das noch nicht wusste. Ja. Definitiv. Definitiv rar. Definitiv rar. Ah! Geh weg! Oh! 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 Keiner ist sicher drin. Oh, 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 oh! Alter, Falte! Vorsicht! Ups! Flederflaus! Flederflaus. Fleder. Die hat nur Flaus im Kopf. Moment, ich muss da erstmal irgendwie kurz rüber... Wieso? Ich hab keine Grenze mehr. Oha! Vorsicht! Oben! Vorsicht! Aua! Nein! Jetzt komm ich da doch nie rüber. Klar! Uuh! 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 Alter, ich hab Grins. Doch nicht. Hahaha! Ich hab keine Grenze. Oh! Fuck! Ey! Ich flamme uns hier selber ab, ne? Ah, hier. Jetzt nimm du den hier mal. Ne, ich kann den nicht nehmen, wenn ich links bin. Okay. Ah, du nicht! Uuh! Nein! Oh, ich jetzt auch noch, ne? So gar nicht. Uuh! Hier, komm, komm mal wieder, kannst du dir das nämlich holen. Wo bin ich denn? Ja, das ist der Tor. Da, hol dir das mal. Heavy Machine Gun! Heavy Machine Gun! Uuh! Wow! Das müsste ich eigentlich mehr krallen. Aber irgendwie will ich das nicht. Warte, nein, nein, nein. Warte. Jetzt ist er innen, außen. Innen. Sag mal außen, glaub ich. Außen. Außen. Und dann hier innen. Okay. Außen. Außen. Nein! Oh, Mann! Wieso warte ich nicht, wie ich das mache? Ich weiß nicht. Ich wollte das gerne machen. Guck mal, ich warte hier schon auf dich. Wo bleibst du denn? Mann, man, man, unsere Quilz. Ah, ich kann nicht springen. Näh identificieren. Du haust hier birchig? Ich fähle selber, ich sein wie das draugert. Oh, 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 oh. Uah! Uah! Nein 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 nein. Oh, er haucht hier wieder. Richtiger Haucher. Ein Haucher? Die glück Quick ich will Down. Oh, ich hab... Ich krieg das irgendwie irgendwie immer, mit so ein Gefühl. Die blase ich erstmal... Die blase ich erstmal meine Meinung. Vorsicht Rump. Nein. Vorsicht. Das ist ein Baller-Typ hier, Alter. Nein, 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 nein. Nein! Oh, genau in dem Moment hauchen die mich hier wieder an. Guck mal, ich duck mich einfach. Ich habe gar keine Chance gegen mich. Vielleicht zuckele ich mich hier unten so lang. Das geht ja nicht. Mäusken. Hallo, Mäusken. Na, wie geht's dir? Lass mich erst mal versuchen, rüberzuspielen. Oh, ich hoffe da erst mal so nah. Vorsicht! Ich will hier... Hallo, ich will hier hoch. Lass... warte... Ah, das mit den Oosen! Nein, das Ding ist geil, das darfst du dir diesmal nehmen. Warte, ich fange mir erst mal diese Dinge an. Lass mich das erst mal machen, damit ich hier erst mal... Vielleicht wieder mal... Hallo? Nein? Hallo? Nein, nein! Fuck, ey. Ich woppel hier hoch, ey. Aggressor und Oosen. Profi-Game. Das haben wir gerade nur. Das schießt doch einfach wie normaler Mensch. Ah, ist schießen, ne? Das geht nicht! Drück-Duckeln! Oh, ein Affe! Ein Äffchen, warte, muss ich das Ding hier machen. Okay, F mal. Kommt doch der Spacki hier von uns, oder? Ja, natürlich kommt der, aber ich kann nichts machen. Ne Muschi auch noch! Ey... Ne Muschi... Alter, der ist ja schon wieder weg. Ja, toll! Nein, 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 nein! Ich springe wie so... ...assi hier rum! Toll, was soll ich denn hier machen? Alter, ich gehe weg, gehe weg, gehe weg. Nein! Ich kriegs gar nicht geschissen gerade! Oosen hat ja so ein Huppel-Dial, ne? Kommt der schon tot an der Huppel-Dial. Nein! Fuck! Jetzt bin ich auch da auch, natürlich. Aber jetzt bin ich wieder normal auf dem Gange. Nein! Nein! Wir mussten beide Tasten drücken. Dann kannst du drücken und springen gleichzeitig. Aha. Nein! Ich bin reingekommen! Nein! Nein! Nur da noch ein bisschen. Ich sehe hier ein bisschen hochkommen hier. Nein! Du hast mir so eine Kräte erwischt, man. Jo. Alter, was? Ah! Rocket Launcher! Ich hab grad Grenzen geworfen! Nein! Nein! Oh fuck! Ich muss zur Seite! Alter! Nein! Dieser Typ, ey! Nee, jetzt hab ich einen anderen Kollegen. Scheiße! Man kann ihn irgendwie auch wechseln. Ja, weiß ich. Der kann nicht mehr so lange leben, eigentlich. Ja! Und wir haben ihn platt gemacht! Na endlich, ey! Ah, ha! Du dreckst ihn alle! Den alten Müllschlucker da! Ja, echt mal! Wer will der von uns? Der wollte uns anbaggern. Mhm. Wahrscheinlich. Nachschließend. Wir sind wieder so oft gestorben, dass wir hier gar keine Bonuspunkte kriegen. Mhm. Die traurige Bonuspunkte! Die traurige Bonuspunkte! Ah, das ist schon geil! Ah, das ist schon geil! Ah, los geht's! Oh, guck mal! Der bräunt sich da unten! Ja, die machen hier unten der... Picnic! Ah, ja, hier, ne? Oh, ich kriegt da aber auch einen. Ah, ha, ha, ha! Oh man! Ja! Hat dann so einen... Sonnenstich gekriegt er dann! Sehr cool! Ja, süß! Und chill! Jetzt... Jetzt geht's los! Der Tootoo Train! Der Tootoo Train! Tootoo! Tootoo! Ich bin jetzt nur so nebenbei dieser Typ hier mit der Augenklappe. Falls ihr es noch nicht wusste... Trinkst Ulz normalerweise auch immer. Aber heute hat er so immer abgelegt, die Augenklappe. Richtig. Oh, guck mal hier! Da hetzt es leider lang! Ja! Oh, fängt! Oh, wir wollen euch hier erstmal ein paar Gremits! Alter, was! Oh mein... Alter, was! Opa! Haha! Oha! Ich hab' noch ein bisschen nach oben! Ach, Scheiße! Voll reingehüppelt! Voll reingehüppelt! Ich bin so tot! Ich... Ich bin doch hier! Als Frau! Jetzt diesmal! Ich weiß nicht warum, aber... Ja, man kann das wechseln, wenn man da... Jaaa! Hin und her drückt, während man tot ist! Achso! Jetzt knacklich! Kann ich da nicht unten rein schließen? Ich auch nicht, aber wir sind jetzt froh! Alter! Wir wollen nicht! Alter, es tut Ellen hier! So! Haha! Ich hab' die Schweine in den Schweingelaster aufgeschossen! Was ich? Ja, jetzt wird schon du durch das Dach geballert! Haha! Ja, klar! Alter! Haha! Nein! Geh weg! Geh weg! Oha! Oha! Nein! Oha! Oha! Da klingelt's! Da klingelt's! Da klingelt's! Da klingelt's! Da klingelt's! Ich glaub, da musst du's noch kurz hoch! Ja! Hast du kurz Pause? Ja! Ja, da stirb's jetzt! Ich sterbe jetzt! Da muss's noch kurz hoch! Wenn der Postquote zweimal klingelt, nein, auch tot. Ah, stirb, 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 stirb. Heavy Machine Gun, Heavy Machine Gun. Oh, sie ist am Start, allein ist der... Oh nein, voll die Rakete reingesprungen. Ich wollte gerade sagen... Oh, jetzt habe ich das schon wieder gewechselt. Nicht die andere nette Dame. Ich wollte gerade sagen, ohne Markt bin ich ungesuchtbar. Oh, ich glaube, das war ja wohl nichts. Ah, dann endlich, ey. Die wollen mich ja wohl völlig verpöbeln hier, ne, diese verpöbeln Menschen. Ah, nein. Och, wie schwer für die ganze Zeit. Hier, Kollege, lass mich nicht drücken. Ich will die Heavy Machine gar nicht. Ach, da kommt der Nazi-Panzer von hinten an und fährt mich über, ne. Ach, da haben wir ja... Ach, geh weg, geh weg, geh weg. Ey, 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 ey. Das Spiel! So. Ich bin voll am Fehlen. Walking Dead. Ja! Ja, Walking Dead. Ja, PC. Ich muss jetzt kurz ruhig. Ich muss mich nicht mit Arz. So, jetzt geht's weiter. Du bist Arz, das ist ja mal ein Witz, ne. Ja. Das ist ja wohl ein Witz. Hey. Guck mal, Froschi. Oh, oh, guck, 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 guck. Wow, er wollte Snipern, hast du gesehen? Das war natürlich nicht zu. Gib mal hier was ab. Ah, danke schön. Oh, aha, der hört schon. Gerade noch so die Wuppe. Änderlang. Hallo. Da kann ich mich auch knallen. Oh, aha. Ja, das ist mein, die ganzen Haar sind dabei. Ja, und ich will den Jet! Ah, ja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wir sind das dynamische Raketen-Duo. Wir sind das A und O Team. Wir sind hier richtig bei Top Gun. Nein! Flieg mich dahin, ich schieße nach hinten. Achtung, Rakete! Jetzt kommen ja wirklich einige. Kann ich nach unten schießen? Achtung, ich habe auch keine Grenzen mehr. Wie geil ist das denn? Mega geil! Alter Falter, was kommt denn jetzt an? Krabi! Eine Nazi-Krabbe! Nazi-Krabbe! Muss triggern, muss triggern! Morden ist das! Nein! Ja genau! Alter Falter! Wir halten lange durch, wir halten lange durch. Das ist schon schlecht. Ich habe aber nur den Pipi-Schuss. Nein! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Alter! Jo! Mit Flammenwerfern noch, ne? Alter Falter! Sie hat sich auf mich drauf gesetzt! Du schießt doch einmal drunter, ne? Dann kannst du die nicht abschießen! Grabhaus! Teilweil nicht! Musst du springen, musst du immer und dann schießen! Hier runter, Alter! Ich kenn's, glaub ich so... Oh! Das macht sie hier wieder hin! Ah! Ja! Nein! Ha! Glückhaft! Dieses Ding! Jo! Jo! Alter Falter, ey! Echt nicht einfach? Nein! Opa! Jetzt packst du wieder eine Ballermann aus! Alter! Ja, was will ich denn da machen? Da komm ich ja gar nicht gegen an! Ja, stell dich hier vor... Oh! Wollte grad sagen, stell dich hier vor mit mir hin! Dann geht das! Jo! Ich muss schon wieder kurz hin! Alter Falter, jetzt! Was kommt denn jetzt? Alter! Flugbomben noch, ne? Ja! Ja, los! Komm schon! Ah! Stark! 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 Morden! Endlich haben wir das Ding platt gemacht! Morden haben wir ermordet! Komm mal! Bam! Endlich haben wir den Kollegen platt gemacht! Nice! Nice! Mission 3! Du bist wieder der richtige Typ! Jetzt sieht man wieder akkurat gut aus! Das fand ich so geil, da hab ich sogar Gänse aufgekriegt! Guck's dir an! Oh, hier! Er will uns Waffen verkaufen hier! Eine Versicherung! Gern eine Lebensversicherung! Guck mal hier! Er verkollt sich! Bei den Chinesen sind wir über hier! Oh! Vorsicht! Oh, hier! Machst du schon wieder dein rassistisches Chinesisch aus! Warum ist das denn nicht rassistisch? Nee, nee, gar nicht! Findest du das? Ja, gar nicht! Bisschen vielleicht! Guck mal, entspannen! Was mach ich denn da? Eher ignorant doof als Rassistisch! Du hast schon recht! Ja, siehste! Sag mal, du kreizst hier her! Guck mal, jetzt dafür esse ich jetzt alles auf! So ein paar Karotten noch für mich! So Antiporze! Du hast vielleicht ein bisschen viel gefressen, ne? Bisschen viel geschlemmt! Könnte das sein, ne? Du bist echt leicht angeschwollen! Ich bin die dicke Olivia! Olivia, brauchen wir schnell rein! Das kommt jetzt schon in unserem Körpergewicht etwas näher! Ich hoffe, wir werden jetzt auch mal den Matz freuen! Ja, boah! Ich bin so voll geschlemmt! Genial, ey! Oh, hier! Das ist wirklich die dicke Bärta! Die dicke Bärta hat gar kein Problem hier mit! Bam, 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 bam! Voll immer noch mal! Ein paar Grants mal drauf! Oha! Ja, dann hat man mehr Power, wenn man, glaube ich, fett ist! Echt? Oh, Rocket Clanger! Man wird dann langsamer, aber dann mehr Power! Ich hab einen Affen gegessen! Wie bei Indiana Jones? Ja! Lecker! Ich feiere einfach viel! Dicken Rockets raus, ne? Ich hab dann auch andere Bomben, wenn man fällt! Das ist traubig! Schleimereit für mich! Alles wird geschliffen! Gleich platzt, ey! Gleich rollt Olsen hier lang! Ich schieße den Rockets! Ich schieße den Rockets! Ich feiere sie wirklich! Einfach fünf Rockets pro Person! Ich bin explodiert! Jetzt ist er geplatzt! Jetzt ist er geplatzt! Ne dicke Junge! Die dicke Frau! Oh, jetzt sieht sie wieder! Oh, hier! Jetzt hab ich mich voll geschleppt! Was ist vorher ich denn da? Guckst du dir an! Boah, du hast bestimmt wieder alle Sachen geklaut, ne? Ja, ich hab auch Hunger! Wir hatten die ganzen Waffen! Hier, guck mal! Ein paar Bomben mal draufwerfen! Alter, Alter! Guck mal! Da hängt wirklich die Klauze raus, ne? Der hängt die... Oh! Ein Ninja-Looter allerwächsten Grades ist der Marken-Definder hier! Was ist denn? Ninja-Looter? Ninja-Looter! Oh! Ich bin geplatzt! Unglaublich! Ein richtiger Ninja-Looter! Scheiße! Hier, die hätte im Machine-Gang gehört mir! Ich will auch wieder kommen! Ah, so! So, Hilly! Hilly! Hup, schrapp, schrapp! Dicht geschrappt! Oha! Tank! Joooo! Jetzt sitzt Us i mTank drinnen... O det sich der Tankfraar! Hahahaha! Den Tankfraar! Den Tankfraar... lite Tankkommandandant, wo bin ich überhaupt schon wieder hin! Den Panzer... Oh, neen! Oh, der Panzer ist über mich rübergefahren! Wenn der Panzer nicht töten steht falsch rum! You must auch nach dritten fahren sonrarippe- Oha! Oha... Oho! Ich bin mit dir zusammen in die Luft geflogen. Ich nicht. Ich hab keine Grins. Fuck, ich bin schon tot. Alter, er will mich rüberfangen. Oha, Vorsicht. Bum 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 bum. Bum 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 vor meinem Bum bum. Alter, er kommt jetzt bei uns her. Oh, oh, oh. Alter, du schießt ihn mal ab. Ja. Alter Falter, ey. Voll die Bombe bei mir wieder auf den Kopf geworfen. Das gibt's doch gar nicht. Wie lange lebt der denn hier? Der ist schon wieder neu. Den haben wir jetzt erst mal ausgelöscht. Den anderen hatte ich vorher schon gewischt. Alter, okay, Kinder. So. Triggern. Triggern! Gibt's ja wohl nicht. So. Alter. Jetzt mal ein Opoluten. Jo, genau! Du fährst das direkt runter auf deinen Kopf. Wirklich? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Wo denn auch sonst hin, ne? Oh, okay. Die liegen ja schnell. Du rushst auch ein bisschen zu oft nach vorne, ne? Findste. Oha, oha. Das Schlachtschiff ist da. Ja. Er schlachtet uns gleich eckig ab. Ist das die Bismarck? Ja. Fürs Bismarck. Oh nein. Wo ist unser Lieblingsbrötchen? Bismarck-Forellchen? Bismarck. Nee, das ist kein Forellchen. Gering. Bissang-Forellchen. Oder? Ich glaube. Nee, oder? Oh, ich glaube. Forelle? Nee. Gering. Gering. So. Alter. Triggern. 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 Alter, was packt der denn jetzt aus? Ja. Die dicke Wärter, Alter. Die dicke Wärter. Die dicke Wärter. Ja, ganz voll in die Luft. Ja, komm schon. Gib, gib ab. Gib wieder. Das ist ein richtiger Transformer ist das hier, Alter. Alter. Wärter. Muss ich aufpasst, dass mir die Hülse nicht noch auf den Kopf fliegt. Was macht er jetzt? Nochmal Wärter wieder. Ich muss nicht Wärter. Vorsicht. Ich hab keine Wärter. Ich drück er schon drauf die ganze Zeit auf Wärter. Nein! Oh, Wärter hat mir voll ins Gesicht geschossen. Voll ins Gesicht. Ja. Jetzt hört ein Schall noch irgendwie. Alter. Jetzt zieht der mich an, ey. Und Wärter. Oh ja, genau. Dankeschön. Jetzt bin ich der Wärter. Oh. Nein! Alter, diese Wärter nervt. Ja, Wärter ist schon, äh... Aua. Geh weg, Wärter. Oh. Ja. Ja, genau. Alter, Wärter ist so dreid. Diese Wärter sind aber einfach so dick, ne? Ja. Oh, fuck. Fuck! Nein! Ach, Wärter. Endlich. Endlich. Welcher Maße. Boah, wir haben auch nur noch 4 Credits, ey. Ja, ich hab auch grad schon wieder 2 dazu gebucht. Noobs United. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Wir sind noch echt ein Kack. Warum? Ja, es gibt Leute, die spielen das mit einem Credits durch. Das ganze Game, ne? Die Rushen aber auch bestimmt nicht so vorn wie du. Ich denke schon. Ich denke, die machen das genauso wie ich. Ich finde sogar alleine ist es sogar einfacher. Weil man dann nicht so verplant ist. Ja, ja. Hol dir ruhig wieder die Hucke voll. Guck mal hier. Die Krabbeln mit den Schweinen zusammen. Dann müssen sie nicht auffallen. Ich will die Schweine haben. Nein, das stimmt ja nicht. Oh, der Heli. Das ist doch ein winziger. Wiegebert. Wiegebert Copter. Wiegebert Copter. So, Alter. So. Wiegebert Copter. Wiegebert Copter. Wiegebert Copter. Ist gut. Genau. Alter, was macht er denn da? Ja, aber teilweise ist das Spiel echt ein bisschen einfacher. Ich weiß noch nicht, ob die Gegner an den Gegner sind, glaube ich, die einfach gemacht. Alter, Falter. Alter. Voll in den Arm geschossen. Da war ja gerade ein Kack. Jetzt freuen die sich auch mal. Schattel. Haha. So, wie die andere Dame sein. So. Was will ich damit damit? Ja. Danke. Äh. Entschuldigung meine ich. Danke. Rissiger Frauensieb. Ja. Scheiß. Scheiß aus, wenn er jetzt die Frauen klauen ist. Haha. Das war rassistisch. Das war pure Ironie. Ja. Aber es gibt ja Leute, die sowas erzählen. Ja, das gibt es. Bitte. Jeder, der sowas denkt, bitte sofort den Stream ausschalten. Haha. Wir möchten euch nicht als Zuschauer. Ich hoffe, wir haben die Leute jetzt auch nicht gerade eingeschossen, als du das gesagt hast. Haha. Ja. Ja, ja. Wir möchten euch nicht als Zuschauer. Scheint it all. Haha. Oh, das ist doch Kollegin. Natürlich nicht. Kollegin. Ist der was da? Ja, als Frau. Was hast du denn da? Ja, genau. Lasers. Lasers. Jo. Jo. Boah, die Rocken. Lasers. Nein. Och man, ich sterbe hier immer. Jo. Voll rein. Voll rein, ne? Alter. Was machen die hier? Messe. So. Äh. Happy Machine Man. Äh. Jetzt nehme ich mal wieder mein Marco hier. Haha. Du musst es erst dann packen. Nee, hab ich noch nicht gemacht. Aber ich... immer einmal zu. Oh. Alter. Es geht aber auch sowas von ab, ne? Wirklich. Da stirbt man ja alle fünf Sekunden. Alter, wie soll ich denn hier flüchten überhaupt? Kommt so viele Kugel runter. Ja. Genau. Deswegen hab ich doch so viele D-Mark reingesteckt mit dem Automaten, ey. Weil ich alle fünf Sekunden gestorben bin. Alter Falter, ey. Och. Ist ja unglaublich. Man hat doch... Man hat doch... Man ist ja nicht... Box? Soll nicht gerade klein hier. Das heißt, wenn die Kugel einen nur streift, ist man sofort tot. Na, das ist echt krass. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Ich kann mich dazwischen gar nicht hinstellen. So. Ich hab's geschafft. Jetzt waschen wir mal damit. Da hab ich jetzt einfach zu fett. Oh oh. Vorsicht. Ah. Jo. Wir haben noch mal ein paar Bummen gebrochen. Ah. Alter. Geh weg. Mein. Ah. Ey. Hast du das Schwein schon gegessen? Ja. Alter. Jetzt springen wir hier irgendwo runter. Da kriegt noch einer. Ducken. Nein. Titteng. Geh weg. So. Oh, das ist ja. Ein Rocket Lunge aus dem Schiff. Dann holt er sich das direkt. Der zieht ja direkt, ey. Sehr aggressiv. Alter, das war natürlich... Dann wird voll sterben. Natürlich. Und auch nicht. Die Messer ich jetzt hier nochmal ein bisschen. Die auch mal alle. Ja, ja. Hier vom Bomben werfen. Sorry. Da geht's voll aus. Oh, so geht's steil. Dann mach ich auch die ganzen Schaden auf mich ziehe hier. Hier. Ich messer ja alle. Ja, ja, ja. Die nicht. Abgehen, ne? Dann darf ich auch meinen Freund hier die Bomben feuern. Ich brauche nur diese Gammelknarre hier wieder, ne? Dann kann ich mich doch ein bisschen mittriggern. Ja. Ich bin gerade voll lange nicht gestorben. Echt? Das ist schön. Ich brauche auch keine Granaten mehr. Oh, Alter. Ah, jetzt bin ich aber tot. Er hat mich wirklich per Hand getötet, ne? Ja, schon ein Begegnungsummatik. Echt? Das geht ja so nicht weiter. Ja. Einfach zu schlecht. Wir brauchen mehr Credits. Nein, ich bin schon wieder tot, ne? Ja, hier ist auch noch wieder Mega-Party-Action-Time. Ja, also Action-Time, ne? Wieso bin ich überhaupt nicht im Game? Was ist das? Was? Rocket Glanscher, das ist schön. Oh, ich bin gleich. Ich bin jetzt wieder ja eins. Ja. Ich hab das verplant, weil mir anders aussehen. Du bist jetzt das Mädel und ich bin jetzt Marco. Ja, ich bin auch die ganze Zeit nicht gestorben. Nicht du. Ja, 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 ja. So, lass mal weiter fahren. Oh, da kommt wieder der Zug. Und weiter. Oh, Vorsicht! Da kommt ein Zugflur. Und noch einer. Igodoh, was sagst du dazu? Scheiße, Alter, weiter, ey. Nein, nein, ich bin geschafft nicht. aber auch er hat er in der Nähe warte warte ich werde ich wieder mal wir haben die Bomben drauf ich klinge hinten ein bisschen ja genau der Sturmzug ist es viel besser ah mein Bild ich bin vorher jetzt es war ja schon wieder kriminell ich weiß nicht dass das ist das nicht dass wir hier am ende das raumschiff landet ja das ist das hier kann ich nicht machen voll 30 weg ein töten mich einfach sofort die sind auch ganz stark ist das gefühl und die können jetzt mal erinnern aber dass wir mehr gezogen haben da hat man das nämlich auch die zum bisher waren richtig dreist kacken reißen wohl noch mal fummeln wollen hier mal man darf man nicht auf den boden kommen lassen dann sind wir erst mal für eine sekunde ich hab's abgestochen ich komme ich da oben ob dran jetzt guck mal da ist es alter alter kreis 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 bisschen also wenn die jetzt grün natürlich sagen dass die explodieren verbessern der private zu mussten kreis h Alter, ist schon wieder dauer. Da können wir irgendwas mit machen, dann ist das gekommen. Ja, aber ich weiß nicht genau was. Da sind zu viele. Kann ich damit nichts machen. Wie dran kurbeln? Kurbel dir mal einen. Alter Falter. Wie viele sind denn da bitte schon auf einmal jetzt? Ja, ich glaube, wir müssen die Dinger hier bespucken, wir müssen. Ja, bestimmt so. Sollen wir gleich anschießen? Jo. Hey, das sind Zombies, ey. Traumhaft. Ich versuche ja schon, alle hier auf einmal abzulachsen. Irgendwie geht das nicht mit den Dinger, ne? Irgendwie. Sack, die. Störp, ey. Die sind ja so kacke, diese Zombies. Jetzt habe ich schon wieder nur eine normale Pistole, ey. Ja, jetzt hier auch er hier nochmal, ne? Gut, dann haben wir uns so. Wir haben auch das gepackt. Sind das so dazubekommen? Ah, der kommt einfach runter. Ja, der hat sich die Treppe runtergefahren, ne? Als wenn das diese kleine Kellertreppe hier aushalten würde, ne? Die hat schon extra, wurde schon verstärkt. Ein paar Stahlstreben. Grupp-Stahl. Grupp-Stahl! Und Tüßen! Nein! Ne, nur Grupp. Tüßen-Grupp, ja. Damals war das aber noch nicht. Aber scheißegal! Äh, äh, ja. Was hat er für dich? Ich habe gedacht, wir machen hier ein bisschen Geschichtsstory. Äh. Geschichtsunterricht. Was kommt jetzt? Ja, das ist natürlich schön, dass du nur ein Rocket Launcher hast. Oh. Alter! Er flext hier Hardcore rum, ne? Oh, 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 oh! Ach, süß, ey. Achtung, jetzt macht er wieder den. Weg, 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 weg! Nein! Jetzt macht er den! Nee, auch nicht. Ja, er hat nicht jeden krass gewonnen. Genau. Gewonnen, ja. Diese Bälle kommen auch einfach hinter einem her, ne? Kann auch da hinten drauf. Ich kann überall drauf schließen, glaube ich. Alter! Nee, dieses Spiel. Ah! Ich springe ja voll über die Kugeln rüber, ne? Ich bin da schon richtig drauf. Ich treffe das Ding nie. Oh, ey, der... Ja, ich bin schon auf der Tod. Der niedet einen so weg, ne? Ja, da hinten bin ich. Den nehme ich. Ah, ich mag auch wieder. Alter. 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 Arsch! Nein! Das gibt's doch gar nicht. Der macht mich ja sowas von alle. Okay, ist ja der Dicke. Schön, ne? Da freust du dich drüber. Jetzt brauchen wir auch noch eine Granate noch rein. Nein! Ich muss für jedes Mal sterben. Dann kriegen wir immer wieder neue Granate. Das ist ganz gut. Ja, immerhin. Nein! Guck mal hier. Nein! Nein! Oh, falscher Knopf. Oh, noch wieder. Scheiße. Ja, ja. Oh, fuck. Ja, nie weg! Ja! Ja! Ja, ich schaffe es! Ich schaffe es! Ey! Oh, doppelt nützt der. Geht's natürlich. Ja! Da mischt er mich jetzt hier wieder voll. Ja, wir haben ihn. Oh, ne Endlich, ey. Traumhaft. Wir können jetzt, ob das denn schon wieder gekostet sind. Äh. Schießt doch hier irgendwie ein paar hinzu, ne? Ja, ich drück aus Versehen ab und zu meinten. Egal, was. Den Schwellenknopf, ne? Also, heimlich so. Oh, wieder einen noch dazu. Also, wenn man mir das Geräusch hört, hieß. Kling! Da wurde mir wieder Quarta eingeworfen. Final Mission! Start! Ich muss den kurz zum Klopfen. Pico in Ruhe. Ja, Pico war böse und herrlich. Unser Sidekick. Der, äh, der, ähm, beißt mich. In den Stiebelwitz? Ne, in den Arm. Oh, ich bin ins Wasser gefangen. Man darf da nicht werden. Alter, ich... Wir haben ja erst noch ein paar Nukes abgefeuert, ne? So, ah. Oha, oha. Ja, wie zu... Sub und Held wieder an, ne? Was ist das denn? Alter Falter, ey. Ich schieße. Der hat so eine Mini-Rakete. Ach nein. Nein! Auch noch wieder, ey. Ja, so kann man sich auch überschieten, ne? Du schietest. Ich werfe einfach mal. Ich spiele gut. Ja, jetzt werden die die Bomben reingeworfen, ne? Alter, diese Mischens hier, ey. Umso länger das Spiel geht, umso crazy, ja wird das hier auch alles. Ich komme ich gar nicht mehr klar. Ich komme ich gar nicht mehr klar. Und jetzt... Nein! Alter Falter, ey. Ach, Rambo, Alter. Da kommt er. Ohohohoho. Ich erwisch dich. Alter. Ich habe ihn so kurz katt gemacht. Ich erwisch ihn noch gar nicht, ne? Rambo ist... Oh, Rambo, ey. Ja, genau, ne? Nein! Fügt dich, Rambo. Er kommt hier einfach runter und macht uns übelst. Er peitscht mich aus. Stehe ich ehrlich schon wieder? Ja, stehe ich schon wieder. Er peitscht mich da mega aus, ne? Er holt einfach seine Peitsche raus. Ey, ich sperr dir im Sekundenkreis. Na, endlich. Tschüss, Rambo. Guten Appetit, Killerwein. Friwilli hat uns gerettet. Spring in die Freiheit, Friwilli! Ich habe noch eine krasse Doku über Killerwale gesehen. Ja, die sind zennett. Blackfish. Blackfish, richtig krass, ey. Wie die einfach im SeaWorld und so, wie die einfach die Trainer töten da und so, ne? Wirklich. Das ist voll krass. Deswegen, ich würde auch niemals mit Killerwalen schwimmen. Ich auch nicht. Deswegen heißen sie auch Killerwahl. Und ich, äh, ronnte ich ja mal von nebenan, ne? Alter, hier. Kralladewein! Yeah! Vorsicht. Da haben wir uns richtig gut geduckt. Traumhaft. Aber echt, Blackfish, supergeile Doku. Müsst ihr mal gucken. Falls ihr die irgendwo findet in der Videothek oder so. Oder falls ihr mal wieder im Fernsehen läuft. Richtig krass, ey. Richtig geschoben. Oh, ne. Alter, jetzt kommen ja schon diese Aliens wieder. Scheiße, Aliens. Aliens an die Macht. Kann ich da nochmal ein Bummibärchen bestechen? Hier, die haben jetzt besonders gern. Ja? Ja. Ja. Ja, genau. Da fährt das Ding runter. Und ich hab ein Panzer auf dem Kopf. Ja, da hab ich die verlockt drin. Vorsicht. Oh, eine Alienversammlung. Oh. Wir wollen ein bisschen abgehen. Wie sind denn die Aliens? Ja, da waren sie doch gerade. Ja? Ja. Ich will hier Feuerwehren. Ey, ich überlebe dir keine... Ach, da oben sind sie, oder? Ja, ja. Sind eingesperrt. Und wieder Versuche an denen. Boah, ja. Boah, man sieht auch gar nicht mehr, wo was überhaupt hinfliegt. Hier, man feuert einfach nur noch, um versucht, irgendwie durchzukommen. Vorsicht, die haben... Ah, ich hab schon gesagt, der Elgen kotz mich an. Ich werde auch zu einer Elgen bis Geburt. Tum, tum, tum. Scheiße, ey. Die kotzen auch, oder? Vor die Kotze, ey. Ja, wenn wir uns sehen. Cool, ey. Das sind keine Elgen, das sind einfach nur mutierte Tinnenfische. Das sieht man doch. Ein Riesen-Kalamari. Ja. Die gibt's doch wirklich. Die gibt's doch wirklich. Die sind 100 Meter groß. Nee, ich glaub noch größer ein bisschen. Ja, da gab's ja vor kurzer Zeit erst so ne Story, wegen Kokushima, dass sie da so ein Riesen-Kalamari, die Toten, gefunden haben. Oder wo der an den Strand... Kann ja nicht von Kokushima sein. Da haben sie gesagt, das war ein Fake halt, ne? Da haben die Leute so ein bisschen darauf Aufmerksam zu machen. Ich denke, die brauchen doch ein paar mehr Jahre. Ich denke auch. Es gibt aber wirklich keine, äh, es gibt auch wirklich, ähm, so Fette. Vielleicht nicht so groß, aber es gibt schon riesige. Ja, ja. Gibt ein Fischer. Ja, man hat zwar schon so große gefunden, aber man, 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 man weiß davon, dass es noch größere gibt. Ja, weil man hat an den... An den Wahlen findet man, wenn man diese Knappabdrücke, die einfach nur einen Meter groß sind teilweise. Über einen Teller groß und dann haben sie herausgefunden, anhand dieses Abdrucks, dass es noch ein Baby sein muss. Ich denke mal, ja, schon, wenn das ein Baby ist, ne? Und dieser Saugnappabdrücke mindestens ein Teller groß ist, ne? Äh, wie groß ist denn bitteschön die Mutti von ihm, ne? Bestimmt nicht gerade ganz so klein, ne? Guck mal, da oben hängen noch weder noch. Oh, jetzt können wir noch fliegen, oder was? Ich mach jetzt hier richtig schön die Schottis. Schottis, die gehen richtig ab hier, finde ich. Die blasen einfach alles weg. Oh, Alter. Ja, Alter, da hab ich einen Tipp schon im Kopf gehabt. Yeah, wie beschrieben, ey. In die Mechel, ich glaube auch richtig, wenn ich nicht bin. Alter, ich hab ihn voll erwischt, ne? Oder, Alter. Alter, Alter. Ja, das war schon nicht schlecht von mir, aber irgendwann war ein, das ist doch zu viel. Ohne Ursache, Unterstützung. Ja, ja, ich hab dir selber alles gebrochen. Ja, du hast ja gerade tot. Na, komm, wir spielen. Ja, das ist doch ein Team, ja? Wo bin ich angeflogen, ne? Ich messer die auch nur sterben gar nicht, die kackten Typen. Wo ist ein Messer, die nur? Trigger! 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 Alter! Alter, Pfeilteil! Kommen wir alle her! Ja, geh weg! Guck mal, das ist doch nirgends da. Doch nirgends da. Warte, ich will da hoch. Ja, geh mal hoch. Ich glaube, ich komme mit. Ich glaube, mehr so ne? Ja, genau! Oh, ey, die kommen hier angeflogen, ey. So, wir müssen auch echt unsere Munition sparen, wenn nix da ist. Hm, geht's jetzt in welchen Hangar rein? Ah, wir sind jetzt beim Endpost, glaube ich. Ist das der Endpost? Ich glaube, das ist der Endpost, ja. Echt? Das ist doch Adolf. Das ist, äh, Fidel Grasdrugel hier, so. Mit der Einreuge. Fidel Grasdrugel. Ah, wie war in die Penz, der wurde jetzt weggemäuscht. Die freuen sich, das, was sie gehettet haben. Auf Wiedersehen, Fidel. Ich hoffe, er hat seine Fidel dabei. Jetzt müssen wir es vorspielen. Eine Runde fielen. Wollen nur ein bisschen Entertainment haben, ey. Denk auch. Entertainment. Wollte ich mir gar nicht wissen, was du jetzt schon da machen willst. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keine RTL 2 da, ne? Wie am Planeten. Ja, bestimmt, also TV-Von. Ey, tauschen. Ey, tauschen. Ey, tauschen. Die Kalamari-Farri. Brauntausch gibt es auf jedem Planeten dieser Galaxie, denke ich. Denk auch. So. Ich muss irgendwo mal drücken. Ja, du stehst da. Oh, hier, nimm das Ding da unten. Rösen. Okay, jetzt kann ich es auch wieder gebrauchen, aber... Ich will, lass es dir. Okay, es geht. Sag doch was, dass du es nicht haben willst. Es verfolgt dich irgendwie, ne? Ich glaube, es mag dich. Oha. Ich glaube, ich habe neue Freunde. Ich glaube, es möchte ich dich gerne rösten. Knusprig-Braun mag es dich. Oh, vorsichtig. Pack da hier das ein. So, dann kann man wieder was aus. Alter, ich kann das nicht messern. Oh, das will man messern. Hinten ist alles, ne? Hinten ist wirklich Ausnahmezustand, ne? Die ganze Stadt berät. Ja, genau. Oha. Wie hat die Mission hier? Nimm du sie. Bevor sie weg ist. Oha, oha, oha. Nein! Hast du das gesehen? Ich kriege den auch nicht dauernd. Diese Kuppeln, diese Glaskuppeln sind einfach zu dick von denen. Ich komme da nicht durch. Ich kann nicht mehr triggern. Mein Arm ist... Mein Finger ist lame. Gelehnt. Gelehnt ist gut, aber lehmer. Oh, Roffel. Hashtag. Hashtag Roffel? Ja, Hashtag Roffel. Das ist scheiß Kack. Hashtag Alien Roffel. Hashtag. Alter. Ich hole den nicht rein. Oh, ein L-Laser. Nein! Ich habe ihn weggelasert. Kuvert 2, U-P-Ü, du hast reingehaut. Du hast ihn weggelasert. Ja, du Laser. Aber das war das Nazi-Raumschiff. Ich glaube, jetzt kommt noch das richtige Raumschiff. Meinst du? Ich glaube nicht. Dick Mama Raumschiff kommt jetzt. Okay. Das war nur dieses kleine Ding, was da unten drin steckte, ne? Sozusagen. Die Anus. Die Anusklappe? Mhm. Oh, jetzt wird die Anus wieder eingeführt. Mhm. Vielleicht kann er abquoten. Äh. So, ist tot? Wo bist du? Stehst du hinter mir? Äh. Ja, ich stege genau hinter dir und kratze mir am Bein. Ja, du bist tot. Ich war tot natürlich. Wie natürlich? Hälten uns die Panzer jetzt? Äh. 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 Ich habe versucht, den Panzer abzuschießen, aber ich glaube, die Panzer hätten es noch. Wir kämpfen jetzt zusammen mit den Nazis. Echt? Ich möchte aber nicht mit den Nazis samm... Nee, ich denke nicht. Nee? Ich weiß nicht. Doch, die schießen auch. Okay, jetzt können wir die abschießen. Alter. Alter. Er packt die Flex aus, ne? Alter, diese kleine Ufos. Nee, die sind richtig geil. Ufos, die sind ja sowas von krass. Die sind krass drauf. Alter, okay, ich sollte da weggehen. Da kriegt man gleich geschmolzen. Alter. Wir schießen einen so weg, ne? Alter, Alter. Oh ja. Das war's. Nein. Oh, also kann ich dich direkt frisch holen. Der AG ist mal wieder gestorben. Oh, cool. Nein. Ich muss da weg. Alter, komm. Nein. Ich kriege nicht eins von diesen Mini-Ings Tod, ne? Nee, ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was die da im Material verwendet haben. Oh ja. Oh ja. Dieses Ding. Du, 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 du. Du, 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 du. Nein, ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich wusste ja gar nicht, dass wir Liana Jones kannten. Das war nicht in der Liana Jones. Ja. Das ist A-Team. Das ist verarschen als in Liana Jones. Nee, das ist A-Team. Wie ist das A-Team? Liana Jones geht ja anders. So wie du es gerade gemacht hast. So. war das andere? Rita des Rechts. Rita von rechts. Oh mein Gott. Rita des Rechts. Chip, 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 dem Bösen geht es schlecht. Ha, 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 ha. Balu. Bum, 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 bum. Und seine Crew. Bum, 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 bum. Oh je, Balu, Oio Paloo Vorne seid neuchtig und hinten unsere Crew Bum 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 unser Käpt'n freunde haaaaaaaaaaah Ba-bom bum 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 bum-rum bum Final Mission Complete! Wir sind die Besten! Wir sind die Alien-Jäger. Metal-Schlecker. Mission all over. Konnius 29, also das ist wirklich... Ich habe wirklich mehr Continues gewonnen, als der Trick. Ähm, nee. Du hast sogar mehr Punkte, als ich. Ist das schlimm. Äh, schau. Oh, wir müssen unseren Namen hier eingeben, der speichert das sowieso nicht. G, G. Na gut, komm, gebe ich dir auch meinen Namen ein. AGG. Du kannst ja nächstes Old nennen. Old name, meine ich. Ja. Zu langsam. Old. Old. Old MacDonald. Ja, das war doch mal wieder ein Traum. Komplett durchgezockten Metal Slug 2. Ja, Traumhaft. Ja, ich hoffe, war ja auch ein bisschen konfus hier, ne? Ein wenig, ja. Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu viel Schluss geredet. So wie eigentlich immer. Ist ja eigentlich auch unser Markenzeichen mittlerweile. Ja. Einfach mal so richtig schön scheiße labern, ne? Ein bisschen, wenigstens. Was ist das hier, ist das hier jetzt so abspannend? Ja, und ich würde sagen, wir könnten doch eigentlich gleich mal mit dem nächsten weitermachen. Oder was willst du davon? Ja, also erstmal machen wir jetzt eine kleine Pause. Genau, eine kleine Pause und dann geht's weiter mit Mattis Luck. Dann natürlich noch 2-3, logischerweise. Wenn wir 3 haben, ich muss nochmal nachgucken. Okay, dann gucken wir nochmal kurz nach. Ja, ja. Bis zur nächsten Folge, macht's gut. Ciao. Ciao.